Historische Zeiten, in denen wir leben. Noch nie war die Menschheit so nah an der Lösung des Tiberium-Problems. Dank der intensiven, beispiellosen Zusammenarbeit der GDI und Norden. 15 Jahre sind vergangen, seit Kane zum... Ist ganz einfach, wirklich. Der Tacitus gewählte uns Einblicke in das Tiberium, von dem wir nie zu träumen wagen. Was? Das Tiberium-Kontroll was? Nein, Mann, ich bleib cool, okay? Und wenn das Kontrollnetzwerk dann mit hundertprozentiger Leistung läuft, wird das Kristallwachstum stagnieren, selbst in schwer kontaminierten Zonen. Gleichzeitig werden wir in der Lage sein, die Energie des Tiberiums zu nutzen. Die Fertigstellung des Pazifik-Knotens veranlasst die GDI, verstärkt vor Anschlägen durch Norden-Extremisten zu warnen. Kane verurteilte die Fundamentalisten in einer öffentlichen Erklärung und distanzierte sich in aller Entschiedenheit von der GDI-Gruppe. Bleib bei mir und... Schatz, Schatz! Ich werde dir eine Welt zeigen, wie... Kannst du nicht eine Pause machen? Ich weiß, du willst zurück, so schnell wie möglich. Doch ich denke, dafür ist es zu früh und es ist... Du fielst mir so, wenn du Dienst hast. Du siehst gut aus. Die Narben sind kaum noch erkennbar. Du ahnst ja nicht, wie gut es tut zu wissen, dass du mich sehen kannst, mein Schatz. Okay, bitte hör auf. Oh. Lilly, bist du auf dem nächsten Transporter dabei? Nein, ich bleib an Bord, bis sich dieser Typ eingewöhnt hat. Das ist bedauerlich. Ich bleib an Bord, bis sich der Typ aus. Nein, ich bleib nicht. Wenn die Typ aus der sexuality, denTs Gehäuner an jedem Kopf drauf닳 mostrader, dass ein Bewusstet sein, den losers wird. Und dann ist das qui incomes á ich und uns herausgef 잠 er bit sprouts. So, wenn dich frag sehe, oder begin sein auch SEC, Ja, also das ist 사고, когда wir jetzt am shut Weisz.... going, dassir irgendwann fast nicht mehr aktiv. Das war, das war echt oft. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommander, anlässlich der Aktivierung des letzten Knotens des Tiberium-Kontrollnetzwerks kommen bedeutende Persönlichkeiten aus aller Welt nach New Adana. Aber Vorsicht! SIG-OPS meldet verstärkte Nod-Aktivitäten im Zielgebiet. Willkommen, Commander. Ich bin hier, um Sie in unser neues Kampfsteuerungssystem einzuweisen. Starten wir mit Ihren Befehlen. Sie kommen direkt aus dem HQ und erscheinen am oberen Rand der Anzeige. Etwa so. Das ist der Konvoi, den wir beschützen sollen. In Kürze werden wir bei ihm sein. Wir können unsere Einheiten ein paar Klicks entfernt stationieren in der sogenannten Stationierungszone. Auf Ihrem Display unten links sehen Sie eine interaktive Karte des Einsatzgebiets. Der blinkende Marker zeigt Ihre Stationierungszone an. Um fortzufahren, springen Sie auf die Stationierungszone. In der oberen rechten Ecke der Übersichtskarte ist ein Button. Wählen Sie die Option Offensivklasse aus. Spassimierung erfolgreich, Commander. Warten auf weitere Befehle. Das ist das MBF Modell 7 oder Crawler. Das ist kürzer. Er ist die neueste mobile Kommandotechnologie der GDR. Hör zu. Übernehmen Sie ihn und fahren Sie herum. Angriff ist die beste Verteidigung. Er ist aber nicht nur mobil. Ihren Crawler können Sie an einer beliebigen Position in ein Produktionsgebäude verwandeln. Stationieren Sie ihn jetzt. Sie können Einheiten anfordern, mit Hilfe des Baumenüs. Unten rechts. Bauen Sie drei Wolfpanzer, nur um warm zu werden. Gehen wir. Ich wäre dann soweit. Überwache EFER-Systeme. Ihr Wolf, gehen wir. Bleibe auf Empfang. Ja? Hört nicht auf zu feuern. Ja. Wir hören erst auf, wenn alle erledigt sind. Gute Arbeit, Commander. Ganz der Alte, wie mir scheint. Und jetzt kommen Sie zu dem Konvoi. Wir haben eine Menge zu tun. Geht in Ordnung. Ziel kommt näher. Gehen unterwegs. Geh in Position. Einsatzziel erreicht. Hallo, Commander. Hat Ihnen keiner gesagt, dass es mein Konvoi ist, den Sie beschützen sollen? Also los. Wir halten Kontakt. Neues Einsatzziel erhalten. Ich komme. Ziel kommt näher. Zeit für eine Showdown. Edeon hat viele in der Bruderschaft überzeugt, dass ich der Feind bin. Seid Sie nicht überrascht, falls Sie uns besuchen kommen. Geht in Ordnung. Ich schicke Sie zur Hölle. Ich schicke Sie zur Hölle. Dann wäre ich einlemaal bereit. Sie sind zur Hölle. Mach Sie fertig. Geben wir Ihnen den Rest. Jetzt sind Kanonen bereit. Holen wir sie uns. Geht in Ordnung. Mit Volkersophon. Ich werde an so weit. Gar nicht mal schlecht. Aber freuen Sie sich lieber nicht zu früh. Das war wahrscheinlich ein Spähtrupp. Wir werden siegen. Ja. Hat hier immer dein Problem. Ich übernehme die Führung. Ich übernehme die Führung. Wir sind soweit. Umgebung sichern. Ich übernehme die Führung. Sind auf Empfang. Offensivklasse Einsatz bereit. Bereit. Ja. Überwache EVA-Systeme. Operation eingeleitet. Bleibe auf Empfang. Ich komme. Keine Eile. Eingedrabene Einheit geordnet. Schuss mit der Warterei. Ja. Vorsichtig vorrücken. Was soll ich tun? Wir haben sie. Hört nicht auf zu feuern. Sternseinheit geordnet. Sie haben noch nicht genug. Sie sind auch noch. Sie haben wirklich Mord. Auf in die Schlacht. Ich wäre dann soweit. Ich wäre dann soweit. Kettling-Kanonen bereit. Der böse Wolf ist da. Und die Jungs sind bereit. Kettling-Kanonen bereit. Kettling-Kanonen bereit. Wir sind unterwegs. Sind unterwegs. Ein-Dafs-Ziel erreicht. Wir sind unterwegs. Ein-Dafs-Ziel erreicht. Wir sind in Position. Oh. hat uns schon wieder einen gewührenden Empfang verweigert. Commander, kümmern Sie sich freundlicherweise um diesen Abschaum. Neues Einsatzziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Ich lasse mich nicht rumschubsen. Weg mit Ihnen. Keine Gefangenen. Weiter so, Männer. Wir haben Sie. Sektorenzieher. Wir sind angegriffen. Geben wir Ihnen den Rest. Alles klar? Handeln los. Hört nicht auf zu feiern. Jetzt seid ihr da. Keine Gefangenen. Keine Einheit. Ich schicke Sie zur Hölle. Weiten wir schoßen. Wir sind zu schau. Wir werden siegen. Oberkommando. Wir haben noch nicht genug. Aufstehen. Jetzt seid ihr da. Machen Sie fertig. Was liegt an? Zeit für einen Fondant. Captain Grenoiden bereit. Und los. Beeindruckend, Commander. Ihre Fähigkeiten sind bereits notiert. Keine Sorge, wir werden uns wiedersehen. Hansa-Crew bereit. Ja. Ziel kommt näher. Alle Kanäle auf den Park.